die drohung ist bei dir relativ mittig gegner bei mir ja ich kann einfach kein stand werfen die verwirft nix hab die gefickt du bist tot das ist eine klasse mp wenn du willst doch aber mit schockern hier ist munition dann beide ist noch mal geiler neben ganz schnell mit auto besser nicht mit auto das war besser oder ich bekaufe ich habe 20k hier hier ist munitionskiste ich habe auch panzerkiste warte dann habe ich nicht dann setze ich ja ja dann nimm du oh fuck diga gas kommen wir nicht mehr oder ja warte du wir holen dir einfach eine gasmaske nee das kann ich sagen ich habe gasmaske warte ich werfe die weite in die zone ja warte kommt langsam warte noch eine drohne 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 startet den überflug drohne startet den überflug drohne startet den überflug drohne startet den überflug er rennt zu den loadout wo es irgendwo fast da ist er das drohne drohne startet den wir sehen aber nicht mit dem radar ja beim loadout ja ich glaube jetzt bei meinem drohne startet den überflug aber ich bin nice boah die ganze richtig gar nicht die die ganze Und nimm mein Geld noch. Bro, Bug. Ich hab Bug bekommen. Nimm meine Slyper, nimm meine Slyper. Siehst du den Bug? Äh, eher mit der Tarnung? Ja. Oder was meinst du? Naja, Tarnungs-Bug. Voll schnell Bug, die war kacke, ich kann nicht schießen. Kannst du schießen? Naja, ich seh nix, hier haben meine Iron Slyper nicht. Nimm links, nimm deine nächste Ausrüstungsübung. Hebt das den Bug wieder auf, oder was? Kann sein. Hat's immer andere. Nee, hilft nicht. Nimm mal so, ey. Tricks-Game. Hat aber hart, will ich nicht abgeben. Aber hab ich wahrscheinlich schon. Moki mal Stopp. Ja. Ja. Ja, Superstars hat gerade fertig, ne? Ja, Superstars hat gerade fertig, ne? Ich hab Bug. Meine Waffe ist extrem groß und so viereckig und pixelig. Ach so. Das Gas weitet sich aus, Sicherheitszone verlegt. Okay, die normalen Waffen gehen auf jeden Fall. Okay. Ja. 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 Ich zeig dir. Boah, er hat keinen Screenshot gemacht. Das war hart bitte. Wo? Da. Hä? Ja. 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 Einfach verbuggtes Spiel, Digga. So kann ich einfach mal neu starten, Digga. Okay, ist jetzt auch komplett verbuggt. Der Acker ist auch verbuggt. Ich glaube, das hängt mit dem Field-Upgrade zusammen, weil das ist auch unsichtbar bei mir. Geht das Spiel? Ja. Denkst du? Okay, du gehst auf. Ja, fuck, ich konnte dich holen, ne? Ja, ist gut wie der Macher ist von einem Verbinderweg. Okay, die Uzi geht. Warte, ich gucke es. Ob es geholfen hat. Ziel aktualisiert. Diese Position sichern. Ich will nur gucken, ob das irgendwie geholfen hat. Nein. Okay, hat nicht geholfen. Okay, mal stopp. Wenn du einhaar. Hä? Er ist frech? Digga, ich zock grad, ne? Und einfach Bug, alter. Einfach Bug. Einfach Abfallkrieger. Aber das ist nicht bei allen Waffen, zum Glück. Das heißt, ich kann ein paar Waffen wechseln. Das war nicht, er ist einfach ein Negroidexte. Ich hab dir jetzt war, Cold War Zone? Ja. Wahrscheinlich wird er von dem Gecko, ne? Na dann doch. Okay, nein, das ist метod. Ich bin weg! Scheiss auf ihn. Was wäre ich? War da nicht? War da nicht gut hier? Wir müssen mich am Shop snipen. Ich hab dich gehört. Äh, Fortnite. Nein, man. Äh, das ist ja Fortnite so in diesem Scherz. Hä? Äh? Er landet bei mir und nimmt keine Waffe mit. Ich sag doch, ich bin gerade gelandet und da ist direkt 200 losgegangen. Ja, da ist doch Gasmaske. Habe ich doch fett markiert, Gasmaske. Ja, geht doch rein. Du bist doch gerade rausgerast. Das Objekt ist nicht mehr erreichbar. Auftrag abrecht. Jetzt kommt einfach Warzone, krass. Ja, natürlich. Und Richard muss natürlich wieder gecarried werden hier. Hä? Nein, ich mach Joke. Alles gut. Ey, ich hab heute eine Nuke gemacht mit Richard. Ihr habt die nicht aufgenommen, ne? Fuck, Alter. Aber da hab ich noch eine gemacht. Alles gut. Alter. Aber du bist richtiger Camper, jo. Willst du meine Stats sehen? Also wenigste, was ich mich bewegt habe, 98% Bewegung. In Bewegung. Das ist das geringste, was ich mich jemals bewegt hab. Fuck, in real life, Digga. Ja, real life ist 0%, Digga. Ja, du hast es bewegt, aber nur in einem kleinen Radius. Ja, klar. Man muss natürlich taktisch spielen, ne? Wenn die Gegner kommen. Das hängt vom Modus ab. Bei Herrschaft kannst du schön Runden machen. Aber bei Headquards geht das nicht. Das wird schwer. Weil die Spawns es nicht zulassen, der Gegner. Ja, Camper. Ja, der hat noch nie einer meiner Nukes gesehen. Und der Camper. Ja, ich hab' du Falz auf dem Ding, oder? Ja, ich hab' du Falz auf dem Ding, oder? Ja, ich hab' du Falz auf dem Ding, oder? Ja, das hat einmal einen Nuke gesehen. Ja, und dann noch so eine richtig schlechte Nuke, Alter, ne? Heie, was willst du, du Lappi? Oh, Panzerplatten, Kiste legen kannst. Ja, kann nicht, aber mach' ich aber nicht. Geh. Komm her, Gennix. Gerne. Hier, Platze, Goldene Kiste. Hier gibt's Cash, Granatenwerfer hier. Guck, unnötig. Er will, dass ich Scheiße werfe. Willst du Sniper? Hier, nimm Sniper. Ist verbuggt. Ja, ich kann eh nicht Sniper zocken, ist verbuggt bei mir. Wieso geht's, Robi? Beleidige ihn jetzt. Weil es kam, aber... Lol, was ist das denn? Digga, schon bin ich schon beleidigt. Hä? Fabibo, oder? Hä? Bist du die Flugzeuge da oben? 27 im Himmel? Nein. Na doch, ja. Das ist ein Bug. Ja. Genauso wie du. Nein. Einfach beleidigen. Weil die dritte Partei im Spiel jetzt ist. Zu lustig. Nein, nicht. Alles Parabola. Ja, alles Parabola. Was willst du, du fette Gennig? Ausrüstung? Nee, ich hab mir ein Ding ins Wohnen gekauft. Verwütete Drohne in der Luft, starte Überflug. Helfe rein, das wird uns gestrichen. Vodere Aufklärungsüberflug an. Startung 3-0, bestätigt. Feindliche Drohnenüberflug. Ja, Richard, bist du treuer Anhänger bist, wie Islam? Ja, weil einfach ekliger Muslim das Schwein ist. Du hast ihn zerstört. Du hast ihn zerstört. Einfach ein Wiesling. Erst wieder rein. Hol die Gasmaske. Kannst du, glaub ich, gar nicht mehr. Die Zone kommt. Lass mal hier links runter. Der andere chillt, Greg. Hinter uns wird gesnipet, Digga. Ja. So rüber. Und so, wir müssen unter die Brücke, Digga. Ja, ja. Tritzi. Da ist. Wir brauchen Tritzi. Der auf uns. Ja, ja, ich mach jetzt. Auf die. Ich bin nicht hoch. Spannend. Ja, Allah. Kann ich den endlich benutzen? Was denn? Ich kann ihn nicht benutzen, die ganze Zeit. Right, Handladen übermittelt. Beschuss. Hier Phoenix3, Verstando, Schlag unterwegs. Keine Treffer diesmal! Hardbeat, sag nix. Mir auch nix. Da müssen wir von rechts aufpassen, oder? Ja, über uns sind auf jeden Fall welche. Auf dem Dach. Ja, wir haben aber Geist. Ja, ich glaube. Ich habe Granatwerfer zur Not. Ich bin jetzt von der Screen. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Neue Bicherheitszone. Neue, hier ist auch noch eine Tür, Digga. Du sollst treiben. Ne, die kann ich so nehmen. Du bist nicht in der Zone, Digga. Oh, noch 5 Gegner leben. Oh, ist einer vom Dach und Dach. Ja. Haben wir nichts gesehen. Einer ist nach oben. Ich habe Schock. Ja, wieso redet unser Charakter so viel eigentlich? Ähm, brauchst du Platten, oder hast du nur Full? Ja, Full. Okay. Über uns, über uns, Digga. Du wirst, dass wir hier sind. Ich halte Granatwerfer already. Hey, wir können hier auf safe rein, wir können hier auf safe rein. Ja, lass mal links raus. Hier sind wir noch in der Zone. Draußen sind welche, Digga. Ja, lass mal links raus. Was ist denn da drin? Das kommt. Los, wir wanden in die Sicherheitszone. Hier rein. Digga, die machen einfach ein Dach rein. Wir haben einfach gleich so gewonnen. Oh, dass die irgendwas machen, Digga. Ah, die Zone, die Zone, komm. Wo? Oben, Dach. Ja, ja. Ich will noch hier so warten. Der Gas verbreitet sich. Komm. Einer noch. Muss was Platten geben. Sehr schön. Hab ihn. Die Granaten prallen einfach ab. Wenn du ganz nah machst. Das ist jetzt mal. Das ist jetzt mal. das war der letzte war voll strecker gar nicht das war so wir haben uns sogar memes gegeben voll Vielen Dank.